Hallihallo und willkommen zurück bei Sunset Overdrive und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Anführer der Pfadfinder, den charismatischen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja ist ja gut, also ich habe mich auch in ein neues Outfit geschlagen, der Superheld ist erstmal passé, aber ich habe das abgespeichert, ich habe noch ein kleines Gimmick dazu gefügt, wenn wieder Zeit für den Superhelden ist, dann werde ich mich natürlich wieder verkleiden. Und jetzt gucken wir mal, nein die Behandlung war falsch, es ist nichts Neues dabei. Auf was sparen wir jetzt? Ich glaube wir wollten die hier haben, ne? Da sind mehr Ball da. Komm bald zurück, ok? Juhu. Ok. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Wo müssen wir hin? Bup, 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 bup. Oh, ganz da oben. Ja, dann würde ich sagen, beamen wir uns doch mal dorthin. Haben wir noch eine Nebenquist? Ja, aber, achso ja, stimmt, wir haben ja das letzte Mal so verblieben, dass wir die Hauptquist weiter machen, weil sie jetzt spannend wird. Gute Nacht. So, also. Hey Norton, wie geht die Suche nach Brillcreme voran? Nicht gut. Ich glaube, es ist Zeit, sie abzubrechen. Noch nicht. Ich folge einer Spur. Ich habe eine Notiz von Brillcreme gefunden. Er sagte, dass er dich in Habcat Steiner treffen wollte. Was ist daraus geworden? Ähm, soweit ich mich erinnere, ist er niemals aufgetaucht. Wo hast du diese Notiz gefunden? Du lügst, Norton. Was verbirgst du? Wie kannst du es wagen? Ein Truppenführer lügt nie. Wenn du mich zuschuldigst, ich muss mich um wichtige Truppenangelegenheiten kümmern. Natürlich lügt er nicht. Nein, 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 nein. Aber wie gesagt, schon beim letzten Mal, warum sagt sie ihm das? Trifft mich bei Habcat Steiner. Ich glaube, ihr könnt hier Gefahr sein. Auf der Weg. Oh. Wo kommt ihr denn alle her? Hör doch mal auf. Können wir auch hören? Okay, es ist Zeit für etwas andere Power. Okay. Na? Ich hau mal ab. Jetzt ist aber gut hier. Feierabend. Ich bin dann auf den Sack. Feierabend jetzt. Ich hab hier einen Auftrag. Okay, wo ist er denn, der Gude? Oh, ist da vielleicht in dem LKW was drin? Ja, nein. Kann man nicht öffnen. Alles komisch. Mal geht's, mal geht's nicht. Freakshow. Na dann. Hier oben. Beeil dich. Ach, hier oben. Ich sehe Fiskopack überall in der Stadt. Okay, Sam. Was machst du alleine hier draußen? Bist du verrückt? Forkam ist gerade los. Sie meinte, die Rauchsignale beim Bahnhof könnten von Brillcreme sein. Aber ein paar Scalps sind nach ihr da rein. Du musst da hoch. Warte hier. Klar, wir retten sie. Wir retten alle. Okay, wie kommen wir denn am besten hoch? Am besten da irgendwo hochfahren, ne? Ich kann vorkam nicht erreichen, ihr Telefon ist tot. Hoffentlich ist sie okay. Sie hat bestimmt ihr Handy abgeschaltet. Oder sie ist genervt von deinen Nachrichten. Nein. Immer doch. Sie ist ein Baseballschläger mitgenommen und ein Buch, in dem steht, wie man knüpfen macht. Super. Oh, guck mal. Äh, das holen wir uns. Oder auch nicht. Äh, nein. Ich meine, oben bist du denn? Äh. Okay, muss ich dich von da oben noch lösen? So, wo ist die hier, der, der Auflass hier? Da müssen wir hoch, okay. Wir nähern uns, wir nähern uns. Können wir da irgendwo hoch? Halt. Wie? Wo bin ich da gehüpft? Ach, Quatsch. Das geht. Wir, wir, wir kommen immer näher. Können wir da auch hoch? Natürlich nicht. So. Okay, wir müssen da jetzt irgendwie rüber. Dann holen wir uns erstmal das. Und gehen da her. Kommen wir jetzt von da drauf? Ach nein, das hat nur getäuscht, oder wie? Ach nee, da ist ein Sprung. Oh, Mann. Nein! Hm. Muss ich wirklich von da oben da hinspringen? Das so gewollt? Oder komme ich direkt da irgendwie hoch? Na, das könnte ich auch probieren. Dann machen wir es so. Nein, bleibst du da. Oh, Mädel. Wo sollst du hoch? Okay. Ich bin unten im Bahnhof. Hier treibt sich eine ganze Legions-Gaps herum. Ja, die versuchen jetzt einfach mal zum Gehen. Das kriegen wir schon hin. Oder auch nicht. Komme ich da irgendwie hoch? Äh. Da irgendwo lang? Nope. Wie komme ich denn da hoch? Von da unten aber auch nicht, oder? Nein. Hoppala. Ah, hier innen rein. Okay. Ey, ey, ey. Vorsichtig. Hey. Du darfst da unten? Ja. Das war nicht. Definitiv. Gut. Mach weiter so. Du lenkst sie ab. Ich verstecke mich hinter einer Mülltonne. Die Scabs verlassen den Bahnstand. Ich muss versuchen, ihn zu retten. Kannst du ihn sehen? Nein. Aber der kommt von dem Zug am Bahnsteig. Er hat sich in einen Zug verwandelt? Ich gehe rein. Warte, ich bin fast am Bahnsteig. Mach nichts Dummes. Das ist mein Job. Ja, wie komme ich denn da hoch? Geh du mal weg. Was hat vor Kim vor? Sie wollte sich den Zug ansehen und hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich ist sie tot. Was? Vielleicht lebt sie ja noch, aber das finde ich erst heraus, wenn ich es auf dem Bahnsteig schaffe. Dann beeil dich schnell! Oh, falscher Glaub. Ja, ja. Okay, ich hätte noch eine Idee, wo wir mal lang gehen könnten. Das ist eine ganz schön verzwickte Geschichte. Irgendwie bin ich gerade total blind. Oh man, da komme ich auch nicht hoch. Jetzt habe ich es natürlich nicht geschafft, ne? Oh, wie komme ich denn jetzt da hoch? Moment. Und da rüber. Kriegst die Tür nicht zu. Okay. So, von da jetzt da rüber. Selbstgespräche sind irgendwie trottisch. Ich kann nicht ohne. Okay. Ey, 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 ey. Was war das denn? Da hinten. Gibt es ja wohl nicht. Habe ich dir das erlaubt? Du bleibst da unten. Du auch. So, das ist so meine Idee jetzt. Ja, ja, es ist der richtige Weg. Ach, Mädel. Es ist eine... Eine Falle? Falle! Süß! Sie haben den Zug echt füßen verpasst. Was ist los? Nicht wirklich. Rill Cream ist nicht hier. 4Kim ist mit einer Gruppe scherzen in einem fahrenden Zug gefangen. Ich, Ryan, auf den Schiff, verfolge den Zug und bin ich in den Sposten beworben. Okay. Mach weiter. Schießen die einfach weg? So sieht es doch aus. Warte mal kurz. What? Da lagen dann wahrscheinlich. Könnt ihr mich nicht einfach in Frieden lassen? Was soll denn das? Ich arbeite dran. Können wir mal ein bisschen boosten? Oh, hallo. Aua. Warte mal. Oh, mein Gott. Mist. Oh, mein Gott. Ihr seid zäcke. Aua, aua, aua. Dann gehen wir da lang. Entschuldigung, keine Zeit. Oh, shit. Oh, shit. Die mit... Oh. Bist du jetzt? Okay, wir müssen dann nochmal lang. Hier lang? Oh, Mann. Nein! Geh doch da drauf, Mädel. Ui. Oh, machst du es mir nicht einfach. Okay, wir haben es geschafft. Das ist platt. Okay. Haben wir es geschafft? Das war jetzt, äh... Jetzt musst du mich mal kurz konzentrieren. Was ist denn jetzt? Das reicht! Ha, 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 ha. Ich glaube, der Stream ist in einem Müllwagen, aber sie wissen nicht, wo... Einen Müllwagen? Das Abfallbeseitigungssystem ist automatisiert. Die Laster sind mit GPS ausgestattet. Komm zurück zur Basis. Ich kann vielleicht herausfinden, wie man die Müllwagen orten kann. Okay, gut. Bin auf dem Weg. Warte. Wie können wir mit Sam kommunizieren, wenn keiner von uns ein Telefon hält? Das... Technologie. Technologie? Wir sollten jetzt nicht auf irgendwelchen Ungereimtheiten in der Story rumreiten, okay? Äh, meinetwegen. Ich gehe jetzt zur Basis und bin dann plötzlich verschwunden, wenn du wieder steuern kannst. Nix dagegen. Ist doch gar nicht recht. Schön, schön, schön. Okay, was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt? Hey, Alter! Ich habe meine Zelte woanders aufgeschlagen. Mehr Platz, besseres Feng Shui. Komm vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Warte mal, dafür ist doch die Waffe ganz gut, oder? Sie haben angeblich mit Norden zusammengearbeitet. Er hat ihm pläne für Waffenverletze aufgeliefert und wir haben ihn dafür geschützt. Uiuiui. Uiui. 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 ach ne ja okay wir haben neun von fünf alles klar okay was machen wir nun wo wollen sie uns hin haben ach gott sind ja jede menge nebenmissionen okay wollen wir erst die nebenmissionen machen ich hab kein upgrade defleud bei der neuen basis ein mittel gegen scraps wollen wir erst mal ein mittel gegen scraps machen ich denke schon oder kommt immer dahin ja wir schweben wir schnell reisen dahin dann machen wir erst mal die ganzen nebenmissionen würde ich sagen und dann machen wir die hauptquests weiter so oder leh hast du was neues das ist schön könnten auch die hier kaufen aber nein ich will jetzt mehrfache kittenwerfer wahrscheinlich bin ich da auch wieder mega enttäuscht warte wir kaufen noch moni die munition ist handgemacht verschwende sie nicht ich weiß wo bist du denn ach da stehst du hey ich muss mir meine freischwimmer abzeichen verdienen aber die küste ist gebiet der skeps kannst du sie von da vertreiben für immer wenn man skeps erledigt erscheinen sie am nächsten tag einfach wieder es sei denn okay ich habe ne idee und die idee wäre welche zuallererst muss ich einen schleuderer finden aber es muss ein wirklich hässlicher sein ok wo müssen wir dafür hin ja dann reißen wir es mal hierhin schnell und schau dann mal sehr gut es war ja nur es war nein 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 hörte mal auf hier ich habe versehentlich auf euch geschaut es war keine absicht glaubt mir ich wollte euch nichts tun ich bin wieder weg oh moment das machen wir noch kaputt so wo sind wir denn jetzt ach wir sind wieder im hundepark du kleines sack ding oder aber noch mal klopapier das holen muss ich nur noch hüpfen können sag mal was ist denn da gerade ich darf ja gar nichts ok dann machen wir es auf dem anderen Weg so machen wir es so was echt jetzt hör auf was ach ok das ist doch nicht wahr du sollst doch jetzt nur mal junge frau die hat das klopapier genommen wenigstens etwas aus jetzt ich habe keine Zeit für euch ok wir müssen jetzt hier hoch ich muss dich leider töten und dir deinen Kopf klauen oh du ja auf auch sch theres Okay, 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 okay. Oh Gott, da ist ja noch so einer. Autsch, 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 Autsch. Warte mal kurz. Hört mal auf. Oh, was schießt ihr denn da? Wer denn vor allen Dingen und von wo? Sie ist nicht. Okay, Hilo. Ist okay. Oh, der ist, äh, der ist sauer. Äh, falsche Waffe? Haben wir dich? Haben wir. Jo. Hab ich. Äh, dachte ich. Wo ist der blöde Kopf? Da ist er. Und jetzt zur Küste. So, tschüss Kameraden. Hat Spaß gemacht. Nicht. So, Küste. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Die wollen aber echt. Ich dachte jetzt gar nicht, was ist denn das da hinten? Aber da ist es nur ein Baum. Machen wir ein bisschen Speed hier. Okay, was haben wir hier? Zeit, diese Skepsis zu vertreiben. Endgültig. Ähm. Ist das jetzt dein Ernst? Wirklich jetzt? Vor allen Dingen, ich habe gar nicht drauf geahnt, was du für Unterwäsche anhast. Das ist aber nicht schön. Und wo schießt ihr denn überhaupt? Wieder zurück. Bist du nicht ganz dicht? Mädel. Oh man, oh man, oh man. Was sind denn alle? Ja, dann halt nicht. Seid ihr denn alle? Na okay, dann komm ich zu euch. So. Guten Tag. Na, wo ist denn der jetzt hin? Oh nein, da rufkommt. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Was? Wer denn? Ich? Ich bin von hier! Ich bin von hier! Ich bin von hier! Amen. Nix da hier. Solange ich hier einen Schläger in der Hand habe, macht die mir gar nichts. Haben wir es? Gott, ist das bekloppt, ey. Ja. Wir Dank. Ähm. Jetzt kommt die auch noch alle, oder wie? Okay, ich muss es mal hier so machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das hingehaut. Doch, ich mach die Platsch. Ich knüppel den einfach mit dem Knüppeln wieder. Das klappt, das klappt. Hä? Was sollte die Nahkampfhaffe nicht unterschätzen? Wer macht jetzt grad gar nichts hier? Null Chance. Ist es jetzt schießen, oder ist es halt einfach nur clever? Man weiß es nicht. Andererseits, die Mechanik gibt es doch her. Oh, das war's. Jetzt ist er down. So, jetzt ist mal Ruhe hier. Die Gegend ist befriedet. Was? Wer kommt da hinten angestimmt? So. Feierabend. Okay. Toilettenpapier 10 haben wir, ne? Das ist doch schön. Hängt hier zu ver... Oh, da hängen noch Stiegelschuhe. Warte mal, wie kommen wir denn da hin? Wenn die eh schon da sind... Oh. Entschuldigung, ich will nur an die Schuhe. Ja. Hm. Ich war jetzt so im Schlag waren, dass ich schon wieder den falschen Knopf gedrückt hab. So. Danke. Und zurück. Wo müssen wir hin? Wo ist die nächste in dem Quest? Okay, da oben. Na, dann können wir uns auch einfach nur hinbeamen. Hätte ich jetzt gesagt. Waren wir hier schon mal? Zwangsläufig, oder? Mal schauen. Wo sind wir denn hier? Ey, hier ist befriedete Zone. Hier ist ein, äh... Ach, hier sind wir. Guck mal einer an. Ah, ich verstehe. Können wir da neuen... Neun... Oh, es sind ja diesmal zwei. Uiuiui. Okay. Hier sind wir. Was gibt's denn hier für eine Nebenquest? Oh, das... Hey, ich hab einen Weg gefunden, um die Fässer aufzurüsten. Wenn wir Freon-basierte Kühlaktoren nehmen und die Ionenladung umkehren, dann, äh... Bla, 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 bla... Äh, wissenschaftlicher Bund... Such einfach nach ein paar alten Kühlschränken und... Hm, bring mir die Teile. All die Kühlschränke, krieg mal hin. Upgrade für Fasskapazität. Okay. So, vier Kühlschränke. Und natürlich sind sie wieder, wie soll's anders sein, am Arsch der Welt. Okay. Ich seh grad auf die schlaue Uhr. Es ist mal wieder soweit. Wir machen kurze Folgen-Break und werden dann uns um die Kühlschränke kümmern. Damit unser lieber Floyd endlich was zu machen hat. Was ist denn so? Ach, das ist der Händler. Jaja, ist gut, jetzt Ruhe. Also, bis dann. Ciao, ciao.